Hey du kleines Arschloch, du hättest jetzt mal die Fresse! Hey! Ich wollte nicht. Was wolltest du nicht? Ich glaub ich hab da was für dich. Die hab ich noch nie getragen. Wenn du Bock hast, kannst du sie haben. Das müsste deine Gruße sein. Ja, ist gut. Was machst du mit sowas? Wenn ein Mann nicht bereit ist, für seine Überzeugung Risiken hinzukehren, dann taugen entweder seine Überzeugung nichts oder er selbst. Und vorher weiß man, ob die Überzeugungen was taugen. Voll. Hey! Später kommt noch ein guter Kumpel vorbei. Na siehste! Ich hab gedacht, du wärst ein guter. Aber du kannst dich doch auf mich verlassen. Man muss sich auf jemanden verlassen können, wenn's drauf ankommt. Musik Jesus SWR 2022